Musik So, heute machen wir wieder einen Speedrun. Und zwar mit dem Mamba Monster Motor, das ist ein 2650 kV, 41er Hauptzahnrad und 22er Rätsel. Das 22er Rätsel ist das größte was man montieren kann, ohne dass man die Motorhalterung bearbeiten muss. Wir fahren natürlich an 4S. Der Logger zeigt momentan 3,8 kmh. Und da werden wir jetzt mal testen, wie schnell wir heute werden. Die Übersetzung, die in den Achsen ist, die ist immer noch original. Aber dieses Jahr wird noch eine andere hier reinkommen. Und da werden wir jetzt noch nicht mehr richtig machen. Oh, oh, oh. Nein! So, jetzt sind wir da oben drehen. So, ich will hoffen, dass man das jetzt sieht, das heißt, wir haben die 100 kmh geknackt. Wir haben jetzt aktuell 100,9. Das geht aber noch schneller, wenn der in die Achsen eine andere Übersetzung bekommt. Ich weiß nicht, ob es dann 110 läuft, aber das Ziel für dieses Jahr ist erst mal geschafft. So, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.